Bei den Einwänden und Kritiken an der MMT gibt es einige, die sich immer und immer wiederholen. Welche die Top 3 sind und wie berechtigt sie aus Sicht der MMT sind, dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Es braucht natürlich auch eine theoretische Grundlage und über die sprechen wir heute nochmal. Es geht um die MMT bzw. die Top 3 Kritiken an der MMT. Ob bei Vorträgen, unter Videos oder bei Zuschriften, diese drei Einwände kommen wirklich sehr, sehr häufig. Und ich will dazu sagen, ich selbst bin damals darüber natürlich auch gestolpert. Ich glaube, jeder, der sich mit der MMT auseinandersetzt, sie besser verstehen und kennenlernen will, stolpert darüber. Deswegen sind sie sehr, sehr wichtig und die Antwort darauf, glaube ich, sehr erkenntnisreich. Für alle, denen die Abkürzung MMT jetzt noch gar nicht so viel sagt. MMT ist ein Akronym und steht für Modern Monetary Theory, eine eigenständige ökonomische Denkschule. Sie hat die größten Überschneidungen mit dem sogenannten Postkensernismus. Und Ausgangspunkt der MMT ist die Funktionsweise des Geldsystems. Und vor allem, was ist Geld, wer schöpft es, wo kommt es her und die Einsichten darüber, das alles zu verstehen, sind sehr relevant, um eben makroökonomische Zusammenhänge zu verstehen. Etwa, woher kommt Arbeitslosigkeit, wie entsteht Inflation oder wie entsteht Wirtschaftswachstum. Die wohl populärste Einsicht der MMT ist, dass Geld keine knappe Ressource ist, dass ein Staat in eigener Währung niemals Finanzierungsprobleme bekommen kann, kann jederzeit alle fälligen Rechnungen bezahlen, kein Risiko in eigener Währung pleite zu gehen und seine Ausgabefähigkeit, besser gesagt, ist nicht durch die Höhe seiner Steuereinnahmen begrenzt. Platt gesagt, was aus der MMT herauskommt, was man aus anderen ökonomischen Denkschulen nicht destillieren kann, ist, dass ein Staat mit eigener Währung sich nicht über die Steuern seiner Bürger finanziert. Wer noch tiefer in die MMT einsteigen will oder sie einmal umfassend verstehen möchte, dem sei der Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy empfohlen. Kommen wir aber zu den Einwänden. Einwand Nummer 1, MMT führt zu Inflation. Das mit der Inflation ist wirklich der absolute Klassiker und fürs Verständnis tatsächlich auch sehr gut und sehr wichtig darüber zu stolpern. Allerdings wird es auch sehr häufig böswillig von Gegnern, einfach pauschal als Einwand ins Feld geführt. Damit wird man der MMT nicht gerecht, denn, das muss man grundsätzlich immer erstmal auch sagen, MMT per se führt zu nichts, weder zu Inflation noch zu sonst was, denn die MMT ist eine Theorie. Sie ist kein politisches Regime. Ich sage immer gerne, die MMT ist eine Brille oder eine Linse, durch die wir gucken können, um das Geldsystem besser zu verstehen und Einsichten zu erlangen. MMT ist kein Regime, nichts, was man umsetzen oder anwenden kann, kein festes Bündel an Reformen oder ein Reformpaket. Das alles ist die MMT nicht. Man würde ja auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, die Gravitationstheorie führt dazu, dass sich Massen anziehen. Auch da würde niemand drauf kommen. Das heißt, hier muss man Theorie und politische Schlussfolgerung, politisches Regime völlig voneinander trennen. Was aber häufig eigentlich hinter dem Einwand steckt, ist, dass Leute aus der Einsicht, dass ein Staat mit eigener Währung keine finanziellen Grenzen hat, dass wir viel mehr ausgeben könnten, dass ein Staat mit eigener Währung sich viel mehr leisten kann, gefolgert wird, dass das doch eine Vollgaspolitik bedeuten würde, die dann irgendwann zur Inflation führt. Und natürlich kann eine Vollgaspolitik zur Inflation führen. Kein MMTler dieser Welt würde das jemals abstreiten. Wenn ein Staat die Wirtschaft mit seinen Ausgaben oder mit Steuersenkungen so sehr ankurbelt, dass sie überhitzt, klar gibt es Inflationsrisiken. Genau deshalb ist die Fiskalpolitik ja so entscheidend und sollte idealerweise so genutzt werden, dass alle verfügbaren Ressourcen bestmöglich genutzt werden, ohne aber zu einer Überhitzung der Wirtschaft zu führen. Dafür ist maßgebend, wie die Auslastung und die Produktivität der Wirtschaft ist und wie viel Spielraum es noch gibt. Das kann man zum Beispiel am Arbeitsmarkt ablesen, wenn man sich anguckt, wie viele Arbeitslose es denn noch gibt oder wie viele Leute unterbeschäftigt sind. Das kann man zum Beispiel daran ablesen, dass es immer Umfragen gibt, wie denn die Auslastung in der Industrie ist. Aber das kann man zum Beispiel nicht ablesen und da unterscheidet sich die MMT von anderen Denkschulen, auch vom gegenwärtigen Mainstream. Wie hoch denn die Staatsschulden sind, wie hoch die Staatsbilanz ist, wie hoch das Staatsdefizit ist. All das trägt keine Informationen darüber, ob wir noch mehr oder weniger ausgeben können, ohne eine Überhitzung der Wirtschaft zu gefährden. Das heißt, die Einsichten der MMT für die Fiskalpolitik ist, dass sie sich eben an der realen Auslastung der Wirtschaft ausrichten sollte, mit dem Ziel, Inflation zu vermeiden. Nicht, wie heute, an der Staatsbilanz oder den Staatsschulden mit dem Ziel, eine weitere Verschuldung zu vermeiden. So unterscheidet sich sozusagen eine MMT-orientierte Fiskalpolitik zu der des gegenwärtigen Mainstreams. Dazu kommt, natürlich kann Inflation auch ohne Vollbeschäftigung und ohne Überhitzung entstehen. Etwa wenn die Löhne sehr stark steigen, steiger als die Produktivität. Wenn die Energiepreise steigen oder wenn die Lieferketten etwa, wie gerade in der Pandemie, nicht funktionieren. Das kann die Preise treiben und zu Inflation führen. Allerdings ist das dann ganz unabhängig davon, ob der Staat mehr oder weniger Geld ausgegeben hat. Theorien, wonach die Geldmenge die Inflation bestimmt, lehnt die MMT kategorisch ab. Ich habe dazu letztens auf dem Geld für die Welt Newsletter diesen Artikel hier geschrieben, den ich dazu zur Lektüre empfehle. Hingegen zeigt die MMT vielmehr als andere Denkschulen auf, welche Rolle dem Staat denn für das Preislevel und die Inflation zukommt. Als Herausgeber der Währung, als Monopolist über die Währung, bestimmt er maßgeblich über das Preisniveau. Zum Beispiel, indem er die Zinsen verantwortet, das Steuersystem, den Sozialstaat, indem er öffentliche Güter selbst bepreist oder zum Beispiel die Konjunktur maßgeblich beeinflusst. Das ist in anderen Denkschulen eher unterbelichtet, macht die MMT sehr stark und bringt auch neue Maßnahmen, potenzielle Maßnahmen gegen Inflation auf den Tisch. Wichtig außerdem, nicht jede Preisanpassung ist gleich Inflation. Wir haben in der Pandemie zum Beispiel die Mehrwertsteuer temporär gesenkt. Im Moment der Senkung sinkt natürlich auch das Preisniveau einmalig ab, auf ein niedrigeres Niveau und steigt, wenn man es wieder erhebt. Das ist aber keine Inflation, denn Inflation beschreibt einen kontinuierlichen Anstieg des Preislevels auf breiter Basis. Das genau sind einmalige Niveauveränderungen natürlich nicht. Heißt, die MMT hat eine sehr differenzierte Sicht auf die Inflation und, so würde ich zumindest sagen, erklärt sie viel besser und nimmt sie auch viel ernster als andere ökonomische Denkschulen. Wer mehr über MMT und Inflation wissen will, dem sei dieses Video hier noch mal empfohlen. Und die ausführliche Artikelreihe auf dem Geld für die Welt Newsletter. Einwand 2. MMT gilt nur für die USA. Auch ein sehr häufiger Einwand, den ich allerdings entschieden zurückweisen möchte, denn die MMT als Theorie, als Brille, liefert natürlich Einsichten über jedes Währungsregime dieser Welt und gilt damit für jedes Land. Was nicht heißt, dass die Einsichten und die politischen Schlussfolgerungen daraus immer die gleichen sein müssen. Nicht jedes Land hat den gleichen Handlungsspielraum. Das erkennt die MMT total an, anhand vier konkret definierter Kriterien. Der Grad an monetärer Souveränität eines Landes hängt dabei von den folgenden vier Kriterien ab. Erstens, ein Staat gibt seine eigene Währung aus. Das gilt für die meisten Länder auf dieser Welt. Es gibt einige Ausnahmen, einige kleinere Entwicklungsländer, die nicht ihre eigene Währung nutzen, sondern quasi den US-Dollar nutzen. Und es gibt eine große Ausnahme, die wir alle sehr gut kennen. Nennt sich Eurozone, wo sich viele Länder darauf geeinigt haben, sich eine Währung zu teilen. Aber für die Eurozone als Ganzes gilt es natürlich wieder. Da wird der Euro ausgegeben. Die Eurozone gibt ihre eigene Währung aus. Zweitens, der Staat ist in der Lage, Steuern in der eigenen Währung zu erheben. Da haben zum Beispiel Entwicklungsländer häufig Probleme mit, wenn sie sehr schwach ausgeprägte staatliche Institutionen haben. Wenn man nicht Steuern in der eigenen Währung erheben und auch eintreiben und umsetzen kann, dann gibt es weniger Nachfrage nach der eigenen Währung und dann ist einfach weniger in der eigenen staatlichen Währung zum Verkauf. Und ein Staat kann mit eigener Währung alles kaufen, was in eigener Währung zum Verkauf steht. Wenn aber weniger zum Verkauf steht in eigener Währung, kann er auch weniger kaufen. Das heißt, der Staat ist in seiner Handlungskraft, in seinem Handlungsspielraum dann dort eingeschränkt. Drittens, der Staat geht keine Fremdwährungsverschuldung ein. Ein Staat mit eigener Währung kann niemals in eigener Währung pleite gehen, aber natürlich in Fremdwährung. Seine eigene kann er unbegrenzt erzeugen, Fremdwährung natürlich nicht. Auch hier muss man Entwicklungsländer als Negativbeispiel anführen. Wenn sie zum Beispiel Öl oder Medizin oder Technologie importieren müssen, weil sie darauf angewiesen sind, dann kann es zu der Situation kommen, dass sie US-Dollar-Kredite brauchen, um die Sachen in US-Dollar zu bezahlen. Und das schafft natürlich Abhängigkeit und ein Insolvenzrisiko und schränkt die Souveränität ein. Viertens, der Staat verfolgt ein flexibles Wechselkursregime. Was heißt das? Nun, das heißt, der Staat gibt kein Versprechen ab, die eigene Währung zu einem festen Umtauschverhältnis, zu einem festen Wechselkurs in irgendetwas anderes zu tauschen. Zum Beispiel Gold oder Silber oder andere Währungen. Denn die eigene Währung kann ihm natürlich nicht ausgehen. Aber wenn er verspricht, die 1 zu 1 in etwas anderes umzutauschen, was ihm ausgehen kann, zum Beispiel Gold, zum Beispiel Silber, zum Beispiel US-Dollar, zum Beispiel Japanische Yen, also Fremdwährung, dann schränkt ihn das natürlich ein. Dann könnte er theoretisch immer mehr eigenes Geld erzeugen, müsste aber dann vielleicht den Wechselkurs, das Umtauschverhältnis, das Versprechen aufgeben. Und das schränkt ihn somit natürlich in seiner eigenen Handlungsfähigkeit und in seiner Souveränität ein. Anhand dieser Kriterien lassen sich alle Währungsregime dieser Welt einkategorisieren. Das heißt, der Vorwurf, MMT gilt nur für die USA, ist Quatsch, ist hier zurückzuweisen. Die Einsichten sind nur unterschiedliche, weil ein Land souveräner ist und ein anderes Land weniger souverän. Und ja, jeder MMTler erkennt natürlich den Sonderstatus der USA an, den sie durch ihren Status als Leitwährung, als Reservewährung haben. International ist der US-Dollar einfach sehr nachgefragt. Viele Sachen werden US-Dollar bepreist. Das heißt, die USA hat einen Sonderstatus, sehr große Souveränität. Mit US-Dollar lässt sich weltweit mehr kaufen als, sagen wir mal, mit der tschechischen Krone. Trotzdem gilt, alles, was in eigener Währung in Tschechien zum Verkauf steht, in der tschechischen Krone, kann die tschechische Regierung mit ihrer eigenen Währung kaufen. Der Unterschied zwischen Tschechien und der USA ist halt nur, weltweit gibt es mehr in US-Dollar zu kaufen als in tschechischer Krone. Das stellt die USA sozusagen auf der Skala der Souveränität über Tschechien. Die logische Schlussfolgerung aus all dem ist natürlich, je höher der Grad an monetärer Souveränität und der am höchsten ausgeprägt ist, nochmal, wenn ein Staat seine eigene Währung herausgibt, Steuern in der eigenen Währung ertragen kann, wenn er keine Fremdwährungsschulden hat und ein flexibles Wechselkursregime verfolgt, dann hat er das Höchstmaß an Souveränität erreicht und das gibt ihm natürlich den größten wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum. Wenn man weniger souverän ist, hat man weniger Handlungsspielraum. Oh ja, und noch ein Hinweis, natürlich kann auch die USA als souveränstes Land dieser Welt wirtschaftspolitisch ihre Hände in Ketten legen, wenn sie sich zum Beispiel eine politische Regel verpassen wie das Debt-Sealing, diese Schuldenobergrenze, die dann die Regierung lahmlegt, obwohl ihr der US-Dollar eigentlich nicht ausgehen kann und sie ein Höchstmaß an monetärer Souveränität hat. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber es ist natürlich politisch begründet, nicht ökonomisch begründet. Einwand Nummer 3. MMT vernachlässigt die Unabhängigkeit der Zentralbank. Ein anderer sehr beliebter, sehr häufiger, allerdings auch irreführender Einwand, denn diese Unabhängigkeit wird häufig überinterpretiert und missverstanden. Unabhängigkeit bezieht sich auf die Geldpolitik. Das heißt, die Europäische Zentralbank darf zum Beispiel einen Zins setzen, wo sie will, oder ein Anleihekaufprogramm aufsetzen, wie sie will. Da allerdings auch wieder gemäß der ihr gegebenen Regeln. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt sich hinstellen darf und sagen, ach, Christian Lindner, sie wollen Überweisung tätigen, ja, als Finanzminister Deutschlands. Nee, also die Überweisung der Hartz IV-Seiten, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Also, nee, das kann die EZB nicht. Sie kann keine Überweisung des Finanzministers blockieren. Darauf bezieht sich die Unabhängigkeit explizit nicht. Was dabei auch häufig vergessen wird, die Zentralbank ist eine öffentliche, wenn auch technokratische Behörde mit einem ganz klaren öffentlichen Auftrag. Sie soll mit ihrer Geldpolitik für Preisstabilität sorgen. Definiert eben als 2% Inflation und alles, was die EZB mit ihrer Geldpolitik macht, diesem Mandat, diesem öffentlichen Auftrag unterzuordnen. Wie sie das erreicht, da ist sie unabhängig. Wie gesagt, Zinsen hoch, Zinsen runter, Anleihenkauf hoch oder runter, da ist sie unabhängig. Das bezieht sich nicht darauf, dass sie sozusagen dem Finanzminister Überweisungen vermiesen kann. Und genau diese Unabhängigkeit in der Geldpolitik ist natürlich völlig akzeptiert und völlig berücksichtigt in der MMT. Das Missverständnis kommt, glaube ich, manchmal daher, dass die MMT zur Vereinfachung dieses komplexen Geldsystems und aus pädagogischen Gründen das Finanzministerium, die Zentralbank zusammenlegt, als einen Staat, weil eben beide linke Tasche, rechte Tasche des Staates sind, wenn man so will, und es das eben ermöglicht, die Zusammenhänge zwischen Staat, Privatwirtschaft, Ausland, die Geldflüsse eben viel besser zu verstehen. Was aber nicht heißt, das ist ein pädagogischer Zweck, was nicht heißt, dass die MMT die Unabhängigkeit der Zentralbank in Sachen Geldpolitik vernachlässigt. Im Gegenteil sogar, denn ein MMT-Verständnis des Geldsystems zeigt auf, dass die Zentralbank gar nicht so unabhängig ist, sondern dass sie abhängig davon ist, was bei der Fiskalpolitik so läuft, was der Finanzminister so macht. Wenn Christian Lindner jetzt ganz viele Ausgaben tätigt, dann bedeutet das, dass ganz viele Zentralbankguthaben im Bankensektor nannten, das wiederum macht was mit dem sogenannten Interbankenzins, den Zins, den die Zentralbank versucht zu steuern im Rahmen ihrer Geldpolitik. Hier ist die Zentralbank also auch davon abhängig, was die Fiskalpolitik macht, was eben aus einem MMT-Verständnis des Geldsystems sehr deutlich wird und für die Analyse und für die politischen Schlussfolgerungen nachher sehr hilfreich ist. Wie das im Detail funktioniert und was die EZB sonst noch so macht, habe ich außerdem in diesem Video hier ausführlich erklärt. Checkt das gerne mal aus. Das wäre meine Antwort auf diese Top 3 Einwände. Wirklich wichtig zu verstehen ist, MMT ist kein Reformpaket. MMT ist kein politisches Regime. MMT kann man nicht anwenden oder umsetzen. MMT ist nicht gleich Vollgaspolitik. Das alles ist sie nicht. Was sie ist? Eine Theorie, eine Brille, eine Linse, die uns Einsichten über das Geldsystem und die ökonomischen Zusammenhänge liefert. Einsichten, da kann jeder von profitieren. Kann links von profitiert werden, rechts, Reformer, Konservative, Liberale, Marxisten, hast du nicht gesehen. Jeder profitiert von diesen Einsichten, muss dem dann noch seine Werte überstülpen, um dann zu politischen Schlussfolgerungen zu kommen. Ein Liberaler würde dann vielleicht für irgendwelche Steuersenkungen argumentieren, ein Linker würde vielleicht für irgendwelche Ausgabenprogramme argumentieren. Beides kann man aus den MMT-Einsichten sozusagen folgern. In der Analyse profitiert erstmal jeder. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, gerne auch die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen, Fragen und Anmerkungen wie immer unten in die Kommentare hauen. Wenn ihr den Kanal cool findet und finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es über Paypal.me, über Steady oder über den Geld für die Welt Newsletter mit einem Bezahlen-Abo machen. Das hilft und freut mich sehr. In diesem Sinne, bleibt gesund, altet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.